Die Flüchtlingskrise. Für Taxifahrer eine unvorhergesehene Einnahmequelle. Mit dem Taxi zum Arzt und zu Behörden. Die Fahrten der Flüchtlinge in Leipzig zahlt die sächsische Landesdirektion. In Deutschland sind die Regelungen für diese Fahrten sehr unterschiedlich. In einigen Regionen gibt es so etwas kaum. In Leipzig oft. Ja, du warst bereit? Okay? Ja, okay, gut. Ciao. Danke schön. Bitte. Bye. Bye. Ciao. Das waren jetzt 13,60 Euro. Ja, schneller kann man das Geld nicht verdienen. Ja, schauen Sie mal, schon die nächste Fahrt. Verteigenstraße 37, Malteser in die Parkerstraße 4. Gut, oder? Läuft. In der Zentrale herrscht seit Wochen Hochkonjunktur. Etwa 800 Flüchtlingsfahrten in drei Monaten. Eine Zahl, die selbst beim Taxi-Chef für Verwunderung sorgt. Ich möchte mich um Gottes Willen nicht noch beschweren, dass wir Fahrten haben. Ganz und gar nicht. Aber es wird kritisch gesehen. Ich kann davon ausgehen, dass eine Fahrt ca. 15 Euro im Schnitt kostet. Und wenn wir dann 300 Fahrten machen, dann können Sie sich ausrechnen, in welchen Beträgen das ungefähr ausmachen. Also 5.000, 6.000 Euro kommt da locker zusammen. Wir begleiten eine syrische Familie auf dem Weg von Leipzig nach Chemnitz. Zum Amt für Migration und Flüchtlinge. Eine Strecke von über 80 Kilometern. Und das Taxameter läuft. Die Unternehmer freuen sich, dass was in die Kreise kommt. In Chemnitz angekommen, heißt es warten. Es stehen noch weitere Taxis aus Leipzig und anderen Kommunen hier. Das Taxi steht und das Taxameter läuft und läuft. Schließlich rollt ein weiteres Taxi aus Leipzig an. Wir warten seit vier Stunden. Kein Ende in Sicht. Hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert. Mit drei Stunden hätte ich gerechnet, aber so lange? Unsere Familie kommt nach 5,5 Stunden Warten heraus. Das Taxameter wird endlich angehalten. Und am Ende stehen 308,90 Euro zu Buche. Die Rückfahrt ist dann inklusive. Drei Taxis mit einem Taxameter-Stand von über 300 Euro. Ein beachtlicher Umsatz eines Leipziger Taxi-Unternehmens. Da hat Löffel-Taxi eigentlich einen guten Reibach gemacht mit diesen drei Fahrten. An diesem Zustand sind nicht Flüchtlinge schuld, sondern deutsche Behörden, die das so organisiert haben. Wir sind in Thüringen und treffen Karsten Kohl. Der Beamte steuert im Landkreis Hildburghausen die Unterbringung von Flüchtlingen. Momentan betreibt der Landkreis fünf Gemeinschaftsunterkünfte. Und die nächsten sind bereits in Planung. Die Unterkünfte auszustatten, wird immer schwieriger für Kohl. Mir ist zum Beispiel mitgeteilt worden, Ende September, dass die Betten ausverkauft sind, weil auch die Hersteller schon gar kein Rohmaterial mehr geliefert sind. Doch nicht nur an Betten mangele es. Auch Handwerker könne Kohl immer schwieriger auftreiben. Und das merkt man natürlich jetzt auch. Die Handwerker haben insgesamt sehr gut zu tun mit der Unterbringung von Flüchtlingen. Diese finanziellen Mittel fließen praktisch wie so eine Art, in Anführungsstrichen, Konjunkturpaket als Aufträge an die Handwerker. Die dann natürlich dementsprechend auch mit vom Profitieren mit den entsprechenden Aufträgen vom Landkreis erhalten. Und wir vergeben auch die meisten Aufträge hier in der Region. Die Flüchtlingskrise als Konjunkturmotor. Eine der Branchen, die gerade richtig boomt, ist das Baugeschäft. Wir sind in einer Leipziger Holzverarbeitungsfirma. Hier werden Bausätze für Holzhäuser gefertigt. Bausätze für Flüchtlingsunterkünfte werden seit September zusätzlich produziert. Zehn sind schon ausgeliefert. Eine Spitzenzeit also für den 20-Mann-Betrieb. Wir sind, was die Produktionskapazitäten betrifft, schon an die Grenzen gekommen. Das heißt, wir mussten schon Mitarbeiter ausleihen, die freie Kapazitäten hatten. Doch nicht nur gute Arbeitskräfte sind knapp. Auch die Produktionshallen platzen aus allen Nähten. Es gibt Überlegungen, zu expandieren. Also langfristig ist das schon auch noch eine Überlegung von uns. Dort hinten, also das Grundstück gehört uns noch, dort zu investieren, neu zu bauen. Wenn wir mit unserer Umsatzentwicklung tatsächlich, wenn die so eintritt, wie wir uns das erhoffen, wie wir das planen, dann werden wir irgendwann in den nächsten Jahren diesen Schritt gehen. Ja, das Haus, was wir jetzt hier sehen, hat in etwa Baukosten von 280.000 Euro. Und damit ist es dann letztendlich bei einem Quadratmeterpreis von um die 1.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Zum Vergleich, die Kosten für den sozialen Wohnungsbau belaufen sich im Gebiet Würzburg auf das Doppelte. Und auch Alternativen im Wohnungsbau für Flüchtlinge sind teurer. Momentan ist es generell so, dass wir einfach aufgrund der großen Nachfrage einfach auch enorme Preissprünge drin haben. Und unsere Erfahrung ist, dass wir diese Preissprünge im Containerbau stärker haben als im Holzbau. Hildburghausen. Carsten Kohl konnte bislang seine Flüchtlinge in angemieteten Immobilien unterbringen, wie in dieser ehemaligen Reha-Klinik. Zum Glück, sagt Kohl. Denn besonders beim Ankauf oder der Anmietung von Containern würden mittlerweile Wucherpreise verlangt. Wir hatten auch mal so eine Containerlösung, wo wir mal nachgefragt haben, aber da waren die Kosten sehr, sehr hoch. Wie hoch? Ja, für 60 Plätze weit über eine Million Euro. Eine Million Euro für eine Containeranlage. Wir machen uns auf den Weg zu einem Hersteller von Wohn- und Sanitärcontainern und sind in Bzesówka, im Südosten von Polen. Das Unternehmen liefert auch an eine deutsche Firma. Und so macht sich der wirtschaftliche Aufschwung durch die Flüchtlingssituation in Deutschland auch in Polen bemerkbar. Deutlich bemerkbar. Seit Juli, August 2015 verzeichnen wir einen Anstieg bei der Containerproduktion. Im Dezember haben wir bereits etwa 220 Einheiten monatlich produziert. Und im Januar und Februar dieses Jahres werden es etwa 400 Container pro Monat. Die von uns angenommene Nachfrage dürfte in unserer Firma ab April bis zu 600 Container umfassen. Die Produktion läuft rund um die Uhr. 80 neue Mitarbeiter stellt das Unternehmen bereits ein. 100 weitere sollen bald folgen. Der polnische Arbeitsmarkt profitiert. In Polen erhöhte sich der Verkaufspreis von Containern im vergangenen Jahr um 20 Prozent. Die Container werden nicht direkt in Deutschland verkauft, sondern an deutsche Zwischenhändler. Die Preise für Container unterscheiden sich in Polen und Deutschland ganz sicher. Wir erhalten mitunter Informationen, dass die Preise in Deutschland um ein Drittel höher sind als die polnischen Preise. Die Preise in Deutschland sind deutlich gestiegen. Ein Ankauf von Sanitärcontainern kaum noch möglich, die Miete sehr viel teurer. Nach unseren Kenntnissen liegen Preissteigerungen bis zu 800 Prozent vor. Neben Ausrüstern und Baubranche profitieren auch Dienstleister wie das Sicherheitsunternehmen Securitas. Josef Steinhage ist mit 20 anderen Mitarbeitern in einer Dresdner Flüchtlingsunterkunft im Einsatz. 15 Jahre lang bewachte Josef Steinhage Industrieanlagen. Nun kümmert er sich um Flüchtlinge. Auch bei der Stolting-Gruppe läuft das Geschäft. Das Unternehmen bietet ebenfalls Dienstleistungen für Flüchtlingsheime an, sorgt für Sicherheit und Sauberkeit. Wir reinigen die Toiletten und Tische von den Flüchtlingen. Das Versorgungszelt, wo sie jeden Tag Essen trinken, das reinigen wir halt den ganzen Tag von 6 bis 22 Uhr in zwei Schichten. Von der Arbeitslosigkeit in den Vollzeitjob. So wie Melanie Burmeister ergeht es vielen. Arbeitskräfte werden händeringend gesucht. Also wenn ich den Bereich Security dazu nehme, habe ich im letzten Vierteljahr, halben Jahr 50 Neueinstellungen gehabt, was Vollzeit ist. Auch Sicherheitsunternehmen wie Securitas stellen kräftig ein. Der Verband der Sicherheitswirtschaft schätzt, dass aufgrund des Flüchtlingsstroms im vergangenen Jahr 10.000 neue Stellen geschaffen wurden. Ich hatte vorneweg bei einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet, als Produktionsmitarbeiter. Das hat aber irgendwie nicht mehr so einen befriedigt. Binnen eines Jahres verzehnfachte sich die Zahl der von Securitas bewachten Flüchtlingsunterkünfte. Von 10 auf über 100. Weiteres Wachstum nicht ausgeschlossen. Also wir haben deutlich mehr Nachfrage. Ich sehe 2016 in steigender Tendenz. Insgesamt für unsere Branche, für unseren Umsatz und unser Wachstum. Und Flüchtlingseinrichtungen und deren Schutz zu gewährleisten, wird sicherlich für kurze und mittelfristige Zeit nicht nur am Markt bleiben, sondern auch eine gesellschaftliche Aufgabe. In Hildburghausen wird eine frühere Reha-Klinik zur Flüchtlingsunterkunft. Vier Jahre steht das Gebäude schon leer. Gerade die Immobilienbesitzer profitieren enorm vom Flüchtlingsstrom. Und wie viel kostet das? Das wollte ich jetzt mal lieber, das lasse ich mal lieber außer Sache. Also da bezahlen hier Einheimische mehr für Wohnraum. Das ist schon alles ein ordentlicher Preis. Aber ich denke, mehr soll ich nicht. Nee, ich will auch jetzt keine Zahlen nennen, aber der Vermieter ist ja wirklich entgegengekommen. Das ist, sonst hätte... Das hätte ja ja auch sonst leer gestanden. Ich meine, die Reha-Klinik jetzt selber, findest du jetzt niemanden, der das betreibt. Und so ist also das eine mit dem anderen verbunden worden. Wir reisen an die niederländische Grenze und treffen den PR-Profi Klaus Cox. Hier in Niederkrüchten entsteht auf dem Gelände einer ehemaligen britischen Kaserne eine der größten Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland. Klaus Cox führt uns herum. Er lenkt die Kommunikation von European Home Care, dem größten privaten Betreiber von Asylunterkünften in Deutschland. Bis zu zweieinhalbtausend Flüchtlinge sollen hier untergebracht werden. Deren Versorgung vom Essen bis zum Wohnen ist Aufgabe von European Home Care. Mit durchschnittlich 10 Euro pro Tag und Flüchtling kalkuliert das Unternehmen. Binnen eines Jahres verdoppelte European Home Care die Zahl seiner Einrichtungen auf über 100. Ein profitables Geschäft. Bei European Home Care denkt man bereits an die Geschäfte von morgen. So fungiert Firmeninhaber Sascha Korte bei weiteren Unternehmen als Geschäftsführer. Unter anderem bei Immobilienunternehmen, einem Pflegedienstleister und bei Firmen, die mit Möbeln, Kleidung und Lebensmitteln handeln. Auch andernorts denkt man an die Zukunft. Wir sind im brandenburgischen Vriezen. Hier betreibt Pro Shelter eine Gemeinschaftsunterkunft für knapp 300 Flüchtlinge. Wir nehmen einfach diese Zimmer. So, hier kommen sie jetzt gleich rein. Matratzen sind weg. Wo sind die Matratzen? Mike? Die haben gar keine Matratzen. Warum ist denn das so? Im Mai 2015 eröffnete das Berliner Unternehmen die erste Unterkunft. Es folgten acht weitere. Zwei sind derzeit in Planung. Das Geschäft, es läuft auch hier. Und man denkt auch hier schon einen Schritt weiter. Flüchtlinge müssen lernen, brauchen Bildung. Das Objekt in Vriezen wurde vorher als Ausbildungsstätte genutzt. Optimal geeignete Hallen also. Im Endeffekt, wenn die Bewohner ihren Status haben, Aufenthaltsstatus oder sonst was, dann ist natürlich geplant, die Bewohner dort in diesen Werkstätten, die wir haben, eben halt in bestimmten Bereichen auszubilden in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk. Und auch in Sachen Wohnungsmarkt für Flüchtlinge will der Betreiber mitmischen. Wenn der Asylstatus erreicht ist, sorgt Proschelter weiterhin für Wohnraum. Weil wir eben in unserer Firmengruppe auch ausgesprochen immobilienorientiert sind, ist das selbstverständlich auch ein wesentlicher Aspekt, diesen Durchsatz wirtschaftlich hinzubekommen. Das ist völlig unbestritten. Proschelter gehört der Juwelus-Beteiligungs-GmbH. Die wiederum gehört der German Real Estate Holding AG. Und die hat laut Handelsregister ihren Sitz in der Schweiz. Genauer gesagt im beschaulichen Mellingen bei Zürich. Erstaunlich für einen so großen Player. Er sitzt hier in diesem Privathaus. Versuch einer Nachfrage. Uns öffnet niemand. Das ist eigentlich nichts Überraschendes. Ab einer gewissen Größenordnung hatten Immobilienunternehmen immer Auslandsaktivitäten. Und das ist völlig üblich. Das ist also damit jetzt überhaupt nichts für mich überraschend. Das ist eigentlich Business as usual. Das Geschäft mit den Flüchtlingsunterkünften wird viel zu wenig kontrolliert, sagt Pro Asyl. Und das sei nicht erst seit heute ein Problem. Die Flüchtlingsunterbringung in Deutschland, ich traue mir das, die Einschätzung zu, war immer in den Zeiten, wo es viele Flüchtlinge und Knappheiten bei der Unterbringung gab, ein Geschäft, was hohe Korruptionsgefahr beinhaltete.